Und deshalb sage ich, wenn man heute von Entscheidungen oder sonst was spricht, entscheiden ist, dass man entscheidet. Und Probleme gibt es immer. Nur Probleme braucht man nicht diskutieren, die muss man lösen. Und die anderen diskutieren ewig, anstatt sie zu lösen. Und wer Ihnen sagt, der hat ein großes Problem, dem sagen Sie einen schönen Gruß von mir. Er sei ein ganz großer Versager. Jedes große Problem war klein und hätte es als kleines gelöst, hätte er kein großes.